Hat Aaron Hunt in diesem HSV-Kader noch eine Zukunft? Ein Kronzeuge im Fall Bakkeriata und letzte Änderung am Kader. Das und noch ein paar Kommentare mehr gleich im Community Talk. Moin liebe Freunde der Rautenperle und des HSV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Community Talk. Moin Scholle, schön, dass du mal wieder am Start bist. Ausnahmsweise, heute ausnahmsweise. Ja, wir wollen auch gar keine Zeit verlieren, sondern uns direkt in eure Kommentare stürzen. Wir haben einen Top-Kommentar vom User Bramfelder vom 26.08. Und damit fangen wir gleich an. Denn der User Bramfelder hat sich nach dem Spiel, nach dem 4-2 gegen den Karlsruher SC, einmal nicht nur mit der Partie beschäftigt, sondern auch mal geschaut, wie kann der HSV spielen, wie tritt er möglicherweise gegen Hannover 96 an und was erwartet uns in Sachen Spielstil? Ja, er spricht natürlich viele Dinge an, die auch richtig sind, die man auch in den letzten Spielen natürlich dann als Quintessenz rausziehen konnte. Dass zum Beispiel der Gegner, wenn er tief steht, dem HSV am meisten Probleme bereitet. Er sagt dann selbst auch, oder er, sagen wir einfach mal, weil er sich Bramfelder nennt, nicht Bramfelderin. Also er erwartet Hannover 96 als Mannschaft, die nicht sich einfach noch hinten rein stellt, sondern mitspielen will, als Aufstiegsaspirant durchaus auch so zu erwarten. Also ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Das wiederum würde natürlich dann dem HSV durchaus auch in die Karten spielen können, wenn der HSV denn an seine maximale Form herankommt. Es wird also kein Busspiel, hat er hier genannt, Busspiel, damit meint er wahrscheinlich, dass man den Bus vor dem Tor parkt, also insofern sich hinten rein stellt, umgangssprachlich. Er erzählt dann auch noch, dass Jairo gerade auf einem sehr guten Weg ist, dass er das toll fand, wie der sich präsentiert hat, dass die HSV-Abwehr insgesamt sehr gut funktioniert, trotz der zwei Gegentreffer gegen Karlsruhe. Also kurzum sagt er hier, der HSV ist da, wo er hingehört, auf Platz 1. Und ja, da mag ich jetzt im Moment noch gar nicht mal widersprechen, denn der HSV präsentiert sich wirklich, finde ich, im Moment gut und konstant in der Liga. Die Pfiffe gegen Jatta werden natürlich dann auch nochmal erwähnt und als miese Kiste hier bezeichnet. Auch da mag ich nicht widersprechen, wobei man natürlich auch immer unterscheiden muss, normalerweise, dass das auswärtige Spieler durchaus mal ausgefiffen werden, also gegnerische Spieler, das ist ja durchaus normal, wenn dann eine Schwalbe dazukommt, dann haben sie das vielleicht am Ende sogar ein wenig mit provoziert und vielleicht sogar verdient. In dem Fall muss man aber auch kein Hellseher sein, um zu wissen, dass hier die ganze Vorgeschichte von Bacqueria da mit Sicherheit eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das wiederum darf nicht sein, das gehört sich nicht ins Stadion. Und das haben aber auch, glaube ich, inzwischen alle Beteiligten mehr oder weniger eingeräumt. Der Trainer von Karlsruhe war nach dem Spiel ein wenig verhalten noch, fand ich. Da hätte er deutlicher werden müssen und können vor allem auch. Hat er nicht gemacht, lag vielleicht auch an der Niederlage an sich, dass man die erstmal verdaut. Und insofern, Bacqueria da, das schreibt auch Bramfelder hier, hat auf dem Platz die richtige Antwort gegeben. Und ich hoffe, dass Bacqueria da weiterhin die richtigen Antworten findet. Zumindest scheint er im Training immer relativ unbelastet zu sein von dem Ganzen. Erstaunlich unbelastet, muss ich sagen. Also er wirkt wirklich sehr frisch. Der Trainer betont es auch immer wieder, dass er sensationell, sagt er, damit umgehen würde. Bacqueria hat er mit dem ganzen Thema. Aber wie gesagt, spurlos an ihm vorbeigehen wird das alles nicht. Und wenn man dann hört, dass jetzt ein Kronzeuge, Kronzeuge ist schon ein ganz geiler Begriff eigentlich. Also ein Zeuge, den man dafür, dass er eine Aussage tätigt, um der Wahrheit Genüge zu tun, würde man ihm dann Straffreiheit oder Milderung irgendwie zugestehen. Also das ist ja die Definition eines Kronzeugs. Weil da bin ich mal gespannt, was der Kollege denn da verbrochen hat, dass er hier irgendeine Strafmilderung beantragt und als Kronzeuge auftritt. Aber auch da muss man abwarten. Das eine hat auch meiner Meinung nach mit dem anderen gar nicht so großartig viel zu tun. Denn das eine ist die Täuschung von Bacqueria da dem Behörden gegenüber. Das andere ist das Sportliche. Sportlich hat die Täuschung kaum Einfluss natürlich. Also generell nicht. Der HSV wusste nichts davon. So ist zumindest der Stand heute. Dieses Gegenteil oder hier muss man dem HSV Gegenteiliges beweisen. HSV muss also ganz bewusst den Spieler eingesetzt haben. in dem Wissen oder in dem festen Glauben daran, dass er hier getäuscht wurde. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es wurde so oft wiederholt betont, dass da auch der Spieler dem Verein gegenüber nochmal ganz klar die Aussagen wiederholt hat, die er auch den Behörden gegenüber gemacht hat. Insofern ist dem HSV hier nichts vorzuwerfen. Und insofern sind die Proteste relativ absurd, dass dann ein Verein jetzt wie der 1. FC Nürnberg am Ende tatsächlich eigenständig Recherchen anstellt und versucht im Umfeld des Spielers, im früheren Umfeld, sogar im tiefen Ausland nach Fakten zu forschen, die den Spieler belasten. Das ist dann schon eine neue Stufe der Eskalation, wie ich finde. Das ist dann schon ein Schritt, der weit über das Sportliche hinausgeht. Und wer auch immer behauptet, Sport und Politik dürften nicht miteinander vermischt werden. Und der kann kein Nürnberger sein. Insofern, das muss man ganz ehrlich so festhalten. Du hattest ja im Blog am Dienstagabend dich ausführlich mit dieser Geschichte beschäftigt hast. Genau. Mit einem Nürnberger gesprochen, der ein bisschen eine Doppelrolle einnimmt. Einerseits Vereinsfunktionär, andererseits geschäftlich in Verbindung mit der Bildgruppe. Die Bildgruppe, die übrigens auch schon Recherchen angestellt hat, in Gambia vor Ort und dort zu keinem Ergebnis gekommen ist. Ja, Scholle, wie ordnest du die Situation jetzt ein? Ist das, was Nürnberger tut, nachvollziehbar? Oder ist das nur ein mediales Getrommel? Also beides mediales Getrommel, weil es am Ende einfach nicht dazu führt, dass der Protest der Nürnberger in eine Umwertung mündet, was die Spiele des HSV betrifft. Weil der HSV, wie gesagt, dem muss man eine Schuld auch noch nachweisen. Jetzt nachweisen zu können, dass vielleicht Bakkeriata bei seiner Einreise falsche Angaben gemacht hat, ist das eine. Damit stellt man den Spieler in der Öffentlichkeit nicht bloß, sondern man hat halt das recherchiert, was man recherchieren konnte. Und der Spieler selbst muss sich dafür privat verantworten. Das wiederum hat aber keinen Einfluss auf Sportlich. Insofern ist das fraglich, ob das dann überhaupt Sinn macht, dass die Nürnberger diese Form der Prozessierung, es ist ja jetzt ein Prozess, den sie damit gewinnen wollen. Sie wollen bei der Anhörung mit diesem Zeugen da auftrumpfen, um dann halt der Wahrheit Genüge zu tun. Aber im Endeffekt schaden sie damit nur Bakkeriata privat und dem HSV nicht und sich selbst helfen die Nürnberger dabei auch nicht. Insofern mischt sich hier dann tatsächlich Sport und Politik so dermaßen stark, dass ich einfach bezweifle, dass es so richtig ist. Und genau deswegen habe ich in diesem Blog auch übrigens mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übrigens vom 1. FC Nürnberg gesprochen mit Herrn Müller. Und Herr Müller sagte mir, dass also keine Nachforschungen angestellt wurden, zumindest seines Wissens nach nicht. Letztere Aussage ist dann natürlich sehr relativ, wenn man das heute oder gestern dann in der Zeitung auch gelesen hat, dass dort von Nürnberg Leute vor Ort oder in Senegal zumindest unterwegs waren und mit Zeugen gesprochen haben. Aber wie gesagt, der DFB hat hier seine Fürsorgepflicht meiner Meinung nach massiv vernachlässigt, wenn ich sogar grob verletze. Denn er als übergeordnete Institution hätte hier für klare Verhältnisse sorgen müssen und hätte den sportlichen Bereich schon mal klar extrahieren müssen von dem politischen, um den Vereinen dann auch klar zu machen, dass es nicht alleine der Umstand etwas nützt, dass man herausfindet, dass er Daffy heißt und vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre älter ist als angegeben, sondern dass man hier den sportlichen Aufwärtser bringen muss, dass der HSV davon wusste. Und das wiederum, also ich weiß es nicht, ich möchte jetzt hier nicht vorgreifen, weil wir wissen es alle nicht. Und es ist auch offen, aber trotzdem das zu beweisen, behaupte ich mal, wird nahezu unmöglich sein. Also selbst wenn man eine genetische Probe macht und die findet und alles nachweisen kann, was da nachzuweisen ist, selbst dann bringt es noch nichts dem HSV und vor allem den Nürnbergern gegenüber. Wir werden damit noch keine Punkte machen. Ja, wie gesagt, da hätte der DFB eine klare Grenze ziehen müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf. Sportlich können wir jetzt schon mal sagen, weisen wir den Antrag ab. Solltet ihr noch weitere Beweise finden, die dann halt den HSV in Mitschuld bringen bei dem Ganzen, dann würden wir noch mal drüber sprechen. Vielleicht haben die Nürnberger hier ein Ass im Ärmel, über das sie noch nicht sprechen. Ich habe keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Von HSV-Seite ist eigentlich immer nur zu hören, dass wirklich alle sagen, es ist wirklich nichts, auch hinter vorgehaltener Hand, auch die Leute, die mal ehrlich sagen, so und so ist es, aber schreib es nicht. Also selbst das gibt es natürlich immer wieder mal und selbst die sagen, dass da wirklich nichts zu finden sein kann für die Nürnberger. Insofern, wie gesagt, ist das alles ein sehr, sehr abstruses Thema, das am Ende wirklich nur dazu führt, dass vielleicht Beweise gegen Bakkeriata gefunden werden, aber die werden sportlich keine Auswirkungen haben. Ja gut, das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte hat von Bakkeriata beziehungsweise von seinem Anwalt nun noch mal ein Statement bekommen. Das werden die sicherlich in aller Ausführlichkeit auswerten und daraus vielleicht neue Erkenntnisse ziehen. Ja, die Posse. Also der Anwalt hat schon gesagt, dass er in diesem Schreiben genau das gesagt hat, was er dem Verein auch gesagt hat, und zwar, dass er die Vorwürfe, die seitens der Berichterstatter von der Sportwilter erhoben wurden oder halt jetzt auch von den Vereinen mit unterstützt werden, recherchemäßig, dass die Vorwürfe haltlos sind. Und insofern, ja, auch da ist das noch offen. Das Thema Jatta lässt uns nicht los, sobald es neue Dinge in der Causa zu berichten gibt, erfahrt er die natürlich bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen und auch auf jeden Fall im Blog. Ja, aber lassen wir... Keine Sache noch, weil das habe ich vielleicht jetzt eben gerade nicht so rübergebracht, wie ich es gerne wollte. Also bei der ganzen Thematik, die die Bakkeriata jetzt hier auch darstellt, natürlich muss man einmal die moralische Seite betrachten. Ist klar, moralisch sind wir, wahrscheinlich sind die meisten einer Meinung. Auch der Herr Müller gestern, mit dem ich gesprochen habe, hat mir nicht nur den Eindruck vermittelt, sondern hat auch, nicht zum Zitieren, aber er hat gesagt, dass es ihm sehr, sehr leid täte um den Spieler, um den Menschen, Bakkeriata, was da jetzt aktuell passiert, dass aber einfach die Regularien halt Dinge vorsehen, die er nicht beeinflussen konnte, die dann am Ende dazu geführt haben, dass man von den eigenen Investitionen empfohlen, dringend empfohlen bekommen hat, das zu machen, diesen Protest einzulegen. Und genau da sehe ich dann halt die Krux, genau an dieser Schwelle. Da hätte der DFB halt mit seiner Entscheidung, mit seiner Entscheidung zu sagen, pass mal auf, sportlich wird das keinen Einfluss haben auf die Spiele. Ihr könnt natürlich gegen jeden Menschen der Welt, könnt ihr recherchieren und diesen Menschen anklagen. Das ist eure Sache. Aber welcher Verein würde das machen, wenn er daraus keinen sportlichen Nutzen ziehen kann? Würden alle Vereine dieses Thema ruhen lassen? Vielleicht würde die Staatsanwaltschaft am Ende ermitteln oder irgendjemand, ich weiß es nicht, wäre dann gegen Bakkeriata. Aber das ist dann nicht Aufgabe der Sportvereine, gegen den Menschen Bakkeriata zu ermitteln. Und das ist der Teil, der natürlich dann bei den Leuten als schäbig bezeichnet wird. Ist es vielleicht auch am Ende. Aber die Ursache, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich dann hierbei auch noch beim DFB. Denn der DFB hätte hier entgegenwirken müssen. Und das hat der DFB nicht getan. Die DFL sowieso nicht. Aber der DFB als Dachorganisation hätte das machen müssen und hat es verpasst. Im Gegenteil, man spricht sogar davon, dass es eventuell ein unendliches Verfahren gibt. Der Herr Nachrainer ist halt manchmal in seiner Formulierung, obwohl er hochgebildet ist, ist er manchmal in seinen Formulierungen sehr, sehr unglücklich, wie ich finde. Stattdessen gibt es Stillschweigen vom DFB. Die warten ab, was die deutschen Behörden herausfinden, wie die deutschen Behörden urteilen. Und bis dahin, glaube ich, wird es auch kein finales Statement vom DFB geben. So ist es. Gut, kommen wir von der Causa Jatta weiter zur Causa Hand. Ja, auch ein Dauerbrenner. Auch ein Dauerbrenner, das stimmt. Und zwar nehmen wir da den Top-Kommentar von unserem User Jupp Koitka. Der hat am 27.08. sich mit Hand als dem großen Diskussionsthema beschäftigt. Denn ja, der Kapitän Aaron Hand, er spielt nicht. Und die Ergebnisse, die der HSV in den letzten Spielen eingefahren hat, die legen auch nahe, dass der Kader ohne ihn ganz gut zu funktionieren scheint. Ja, genau. So wie auch die ganze Thematik bei Geriata mit auf der einen Seite den Vereinen und den Leuten, die sagen, er muss ausgewiesen werden und den Leuten, die das für ihr rechtspopulistisches Zeug nutzen, gegen das Team Jatta, was es ja auch schon gibt, was ja auch eigentlich eine völlig übertriebene Darstellung der Thematik ist, meiner Meinung nach. Also es gibt da nur zwei Extreme und genauso ist es hier bei Aaron Hand eigentlich auch. Es gibt die, die mögen ihn, die finden ihn super, weil er dem HSV hilft. Und es gibt die, die sagen, also bloß welchen mit dem. Korn Hand haben wir ja bei uns auch im Blog immer wieder verschiedene Leute, die das schreiben. Eine Diskussion, die ich auch völlig fehl am Platz finde. Ich finde, man muss sie dann wirklich deutlich detaillierter, differenzierter betrachten. Aaron Hand in Topform hilft dem HSV definitiv. Das bedeutet, er macht den HSV stärker. Dass Aaron Hand nicht dauerhaft in Topform ist, das wissen wir. Er ist oft verletzt. Und natürlich gibt es dann da eine grundsätzliche Diskussion, zu sagen, braucht man so einen Spieler, den man vielleicht nur 10 oder 15 oder 18 Spieler im Jahr hat? Oder eben nicht. Der HSV hat ja gesagt. Er hat sich dazu entschieden, den Spieler beizubehalten. Das bedeutet, jetzt ist er da. Jetzt sollte man damit umgehen. Die Spieler selbst haben ja gesagt. Natürlich, die haben ihn sogar zum Kapitän gewählt, weil er halt auch ein hohes Standing in der Mannschaft hat, dass er natürlich immer wieder verletzt ist. Und dass jetzt ein Sonny Kittel da ist, ist doch super. Und das schreibt der Job Kottke hier auch völlig richtig. Er sagt, wie krank es denn ist, dass man sich darüber Gedanken macht, dass ein Hand nicht dabei war, während man ein Spiel sieht, wo ein anderer wirklich gut spielt. Anstatt sich über den zu freuen, versucht man dem anderen nochmal einen mitzugeben. Und das stimmt. Das ist so eine Eigenart. Die hat der HSV nicht exklusiv. Die HSV-Fans haben es auch nicht exklusiv. Im Gegenteil, das machen viele so. Aber das ist eine Eigenart, die, finde ich, auch, die gehört sich eigentlich nicht. Die muss man so nicht an den Tag legen. Man kann darüber diskutieren, ob Kittel Hand ersetzen sollte, dauerhaft in Zukunft. Das, finde ich, wäre dann eine konstruktive Form des Umgangs mit Hand und Kittel. Ja, insofern, das wäre dann vielleicht auch der Bereich, wo Jupp Kreutke hier in seinem Kommentar sagt, bleib doch einfach mal sachlich und fair. Was soll der Scheiß mit Hand? Auch wenn Hand keine 30 Spiele mehr machen kann, unter Umständen können aber 10 Spiele mit entscheidenden Akzenten ausreichen. Das stimmt. Vielleicht ist Aaron Hunt am Ende ja dann das Zünglein an der Waage. Auf jeden Fall wird der HSV immer wieder Spieler auch für ganz punktuelle Geschichten brauchen. Vielleicht ist Aaron Hunt inzwischen altersbedingt in diese Rolle reingeraten und gehört da rein. Ja, damit kommen wir auch schon zu euren Fragen, die ihr über Social Media geschickt habt. Wir haben exklusiv bei Instagram gefragt. Wir machen also ein kleines Instagram-Spezial. Ich habe das Handy am Start inklusive eurer Fragen. Und ja, da springen wir gleich mal rein. Der User nero-bnzmn sagt. Gut, dass ich das fehlerfrei aufsagen könnte. bnzmn. Ein Aufstieg bringt Geld mit sich, aber welche Kosten würden da beanfallen? Transfer, Nachzahlungen etc. Das können wir nicht, kann ich nicht beurteilen. Welche Verträge, welche Nachzahlungen beinhalten, kann ich nicht beurteilen. Es gibt es bestimmt, weil es einfach üblich ist inzwischen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch mehr Einnahmen. Durch TV-Gelder alleine schon und natürlich dann auch durch Sponsoren. Also insofern, die werden das schon gut durchrechnen müssen, dann auch um zu sehen, was am Ende noch für neue Transfers übrig ist. Genau, ja. Aber das ist ja eh Zukunftsmusik. Wir beschäftigen uns mit der zweiten Liga. Da sind noch ein paar Spieltage, die auf uns zukommen. Ja, die Frage nach den Transfers wird auch immer wieder gestellt, stellvertretend Mr14PM. Ja, wer wird gehen? Wood, Polle, jemand anderes? Gar keiner. Da kommt noch jemand? Auch da. Also wir fragen jeden Tag. Natürlich fragen wir jeden Tag auch immer dieselbe Frage. Wir kriegen bislang aber auch immer dieselbe Antwort. Wenn es denn möglich ist, noch jemanden zu holen, der uns auch sofort hilft und uns finanziell nicht zu sehr belastet, dann würden wir es machen. Wenn es vernünftig ist, so wird es immer zusammengefasst, dann würden wir es machen. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würde man erst mal nichts mehr machen. Aber wie gesagt, das ist der Moment. Bobby Wood, klar, ist einer der Kandidaten, die abgegeben werden sollten. Inzwischen hat Hacking sich so ein wenig mit der Personalie Bobby Wood arrangiert. Er hat gesagt, er versucht es nochmal mit ihm, weil er einfach die Einstellung bei ihm honoriert und es gut findet, wie er sich präsentiert, Bobby Wood. Wortlich reicht es noch nicht, um wirklich an Hinterseer heranzukommen oder die Startelf zu attackieren. Aber er versucht es auf jeden Fall und arrangiert sich mit dem Umstand, dass der Spieler ja auch noch einen Vertrag hat hier in Hamburg und man den Spieler ja nicht gegen sein Willen hier losschicken kann. Der User jonathan-bl02 fragt, wie geht es mit Berkay Oetschern weiter? Ja, bei dem ist es so, dass man ihm schon sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass er den Verein verlassen sollte, wenn er denn sportlich eine Zukunft haben will in den nächsten Monaten. Was der Spieler selbst dazu sagt, wissen wir nicht. Er spricht im Moment nicht. Er hat am Anfang der Saison gesagt, er möchte sich gern durchbeißen beim HSV. Er würde den Konkurrenzkampf annehmen. Bislang ist er auch noch nicht gewechselt. Es gibt bisher auch nur lose Anfragen, wohl aus der Türkei. Und die befassen sich ja nicht eher mit einer Laie. Das ist dann auch immer so ein bisschen spielerbedingt, ob er es machen möchte oder nicht. Und insofern ist hier noch alles offen. Tendenz Abschied. Stefan-R19, der fragt, wie seht ihr die Situation von Amici? Braucht er nicht langsam Spielminuten? Ja, braucht er. Ja, also sage ich auch. Also es wird Zeit, dass er seine ersten Minuten, oder nicht seine ersten Minuten, sondern dass er mehr Minuten bekommt, dass er sich mal über einen längeren Zeitraum auch präsentieren kann. Und auch an die Härte, an die Gangart der Bundesliga gewöhnt, an die zweite Bundesliga. Bisher sieht der Trainer ihn noch nicht in der Rolle und hat ihn auch noch nicht gebracht über einen längeren Zeitraum, sondern nur einmal kurz eingewechselt. Also insofern, es ist auch im Training, finde ich, sind sehr gute Ansätze zu sehen. Aber er muss auch besser sein als seine Konkurrenz. Und das ist er im Moment nicht. Ja, dann haben wir noch eine Frage von, wo hatten wir sie? Hier, von Ricola0212. Und sie, glaube ich, fragt, auf welcher Position seht ihr noch Bedarf? Also ich glaube, dass man ganz hinten, links und rechts, hat man mit Waagnummern nur einen Ersatz für beide Positionen. Nach der Reihe könnte man so ein bisschen umgeformt nach hinten zurückziehen, ist aber nicht optimal. Also da könnte ich mir noch einen vierten Mann für die zwei Positionen, damit man beide Positionen doppelt besetzt hat, vorstellen. Wie gesagt, ganz vorn, muss ich sagen, Bobby Wood, bei allem Engagement, das er an den Tag lebt, er legt, reicht es halt sportlich im Moment noch nicht. Deswegen glaube ich, dass man da gut beraten wäre, wenn man noch jemanden hätte, der für den Fall eines Hinterseherausfalls bereitsteht. Das ist eigentlich so. Das sind so die beiden vordringlichen Positionen, meiner Meinung nach. Ja. Dann haben wir auch noch eine Frage von Knorpelking. Knorpelking, schöner Name. Er fragt, ob Adrian Fein denn noch zu halten wäre. Nein, ist er nicht, weil er hat nur einen Live-Vertrag und wenn Bayern ihn zurück will, dann geht er auch zurück. Ob er zu halten ist, das ist jetzt auch viel zu früh. Also ich glaube wirklich, dass es viel zu früh ist. Weder der Spieler würde sich jetzt auf so eine Diskussion einlassen, noch der FC Bayern. Also insofern, obwohl der HSV trotzdem eigentlich dazu gezwungen ist, wenn man ihn halten möchte, früh anzufangen, an ihm zu graben, weil der stete Tropfen, wenn er ja doch entscheidend sein kann. Ja, ich hoffe, dass er zu halten ist, zumal wenn der HSV dann sein Ziel erreicht und aufsteigt. Wer weiß. Ja. Vielleicht stellt das dann auch die beste sportliche Perspektive für Adrian Fein dar, weil beim 1. FC oder beim FC Bayern München ist es dann doch nochmal schwerer, in die Startelf zu kommen als beim HSV. Ja. Ich würde sagen, wir freuen uns erstmal darüber, dass er so gut in die Saison gestartet ist, dass er im Team so harmoniert und ja. Sogar für die U21 in der Nationalmannschaft. Genau, das ist auch noch dazu gekommen. Da geht es seinen Weg hier in Hamburg gerade. Ja. Also für ihn läuft es gut im Team, für den HSV läuft es gut dementsprechend. Freuen wir uns erstmal darüber. Haben wir noch eine Frage? Ja, wir haben eine und zwar, wo hatte ich sie? Ja, Official-Jannik, der fragt, warum wird Hinterseer jetzt wieder für die Nationalmannschaft nominiert? Das ist eine gute Frage, ne? Weil er gerade wieder trifft, weil er sich in einer Form präsentiert, die dem Nationaltrainer offensichtlich ausreicht. Ja. Er war schon in der Nationalmannschaft, dass er nochmal nominiert wird, ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Also den Trainer kennen sie, er kennt den Spieler insofern. Ist das Risiko, dass sie da eingehen, relativ gering und wenn sie der Meinung sind, hinter sie ist, gerade wieder sehr frisch, gerade wieder gut drauf, dann ist das eigentlich eine relativ logische Konsequenz. Zumal die Österreicher jetzt ganz vorne in der Spitze auch nicht übermäßig gut besetzt sind. freuen wir uns für Lukas, dass er da nominiert wurde und sich für seine, für sein Heimatland empfehlen kann. Genau. Ja. Mr14PM, den hatten wir eben schon, der fragt wieder einmal, die Frage kam nämlich von ihm schon häufiger, wie weit kommt der HSV im Pokal? Holle, hast du deine Glaskugel dabei? Nein, habe ich nicht dabei, aber da ich ja nun immer auf Sieg tippe, müsste ich ja konsequenterweise sagen, dass man den Pokal gewinnt, insofern kann ich ja nichts anderes jetzt tippen. Nein, wie weit kommt der HSV im Pokal? Gegen Stuttgart kann schon Schluss sein, das muss man einfach so ehrlich sagen, Stuttgart ist stark, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel auf Augenhöhe sein, mit Heimvorteil HSV, klar, aber... Würdest du sagen, dass es noch schwieriger ist, dadurch, dass die beiden Mannschaften dann das zweite Mal gegeneinander antreten? Nein, in einer kurzen Zeit? Nein, ist ja für beide dieselbe Voraussetzung. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, die Mannschaft, die am Sonntag gewinnt, also am Tag davor, den Spieltag in der Zweiten Liga gewinnt, die hat natürlich einen kleinen Vorteil dann für das Spiel unterhalb der Woche, weil sie natürlich dann nicht diesen Druck hat, jetzt das Spiel von vorher wieder gut machen zu müssen. Insofern, wobei aber ein Pokalspiel trotz allem so doof das klingt und das ist ja dieser Phrasensatz, aber natürlich ist der Pokal ein Wettbewerb, der ganz andere Voraussetzungen hat für jede Mannschaft und insofern ist das ein Spiel, das geht bei 50-50 los. Punkt. Und genau so würde ich dann auch die Chancen beziffern, ob der HSV denn weiterkommt, 50-50 und dann kommt es darauf an, wer der nächste Gegner ist. Kommt der FC Bayern, glaube ich, dass es schon in der nächsten Runde vorbei sein könnte, kommt dann, keine Ahnung, wer dann, Salimrohr oder wer auch immer, dann wäre es möglich. Ja. Ja, vielen Dank für all eure Einsendungen. Ich hoffe, wir haben eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten können. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche in diesem Format wieder. Ansonsten findet ihr natürlich auch ganz viele Neuigkeiten von uns über den HSV auf unseren Social-Media-Kanälen. Tolle hört ihr morgens im Morning Call und lest ihn abends im Blog. Und ja, dann sind wir durch für heute. Soweit fertig für heute. Und sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss dann. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020